Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz-Online-Kongresses 2024. Mein Name ist Sebastian Mauritz und bei mir Prof. Dr. Dr. Christa Colloday. Liebe Christa, es ist mir eine außergewöhnliche Freude. Im letzten Jahr hat es nicht geklappt. Dieses Jahr klappt es. Ich sehe dich jedes Jahr in Italien. Und jetzt habe ich dich hier wie schön mein Herz jubiliert. Meins auch, weil ich mich einfach freue, dich zu sehen und mit dir ins Gespräch zu kommen. Wir sehen und kennen uns so lange, dass es einfach schön ist, ins Gespräch mit dir zu kommen. Und natürlich verfolge ich deinen tollen Resilienz-Kongress über die Jahre. Und das ist einfach eine tolle Entwicklung, etwas, was du auf die Beine gestellt hast, was so viel Mehrwert für so viele Leute bringt, dass es einfach schön ist. Ja, ich kann nur sagen, ich genieße dich ja auch immer im Austausch mit Insa und Matthias, also Insa Sparrer, ihr Mann, Matthias Wager von Kiebet. Die interviewst du da oder ihr interviewt euch gegenseitig. Ihr sprecht da über die Syst, über das verbindende Element. Das ist immer etwas, wo ich so sage, wow, okay, das sind so kleine Impulse. Und deswegen halt hier jetzt das Thema Resilienz, mentale Gesundheit. Vielleicht so zum Start die Frage, was dein Hintergrund ist? Also mein beruflicher Hintergrund ist der, dass ich Psychologin und Soziologin bin. Und ich habe mich sehr breit dann praktisch gebildet in vielen Bereichen, sowohl im klinischen als auch im arbeits- und organisationspsychologischen Bereich. Okay. Und das Motto des Kongresses ist ja Resilienz und mentale Gesundheit. Was verstehst du da drunter? Also wie denkst du das? Ich habe mich, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Resilienz. Für mich ist Resilienz die Fähigkeit, trotz widrigster Umstände gesund und arbeitsfähig zu bleiben. Ich habe im Zuge dieses Kongresses mal nachgeschaut, ich habe nämlich auch in Unterrichte an der Karl-Franzens-Universität Graz am Arbeits- und Organisationspsychologischen Institut. Und ich habe schon 2013 mit meinen Kollegen zum Beispiel einen Fragebogen zu dem Thema entwickelt. der heißt Rivera und das Inventar zur Erhebung resilienten Verhaltensweisen im Arbeitskontext. Also das Thema ist mir sehr nah über viele Jahre. Oh wow. Und wie würdest du die Beziehung zwischen Resilienz und mentaler Gesundheit sehen? Gleich vorweg gesagt, mir ist schon klar, dass mentale Gesundheit und Gesundheit eine Differenzierung ist, wo man drüber streiten kann. Mir ist wichtig, die mentale Gesundheit nochmal nach vorne zu stellen, weil die ja oftmals so ein bisschen, ja weiß ich nicht, stigmatisiert ist. Und mir hat dieser Unterschied, macht für mich einen relevanten Unterschied, deswegen auch dieser Titel sozusagen des Kongresses. Also aus meiner Sicht ist es so, dass die Resilienzfaktoren und da gibt es ja auch so eine Diskussion, wie viel man nun nennt oder nicht, aber dass sozusagen jene Faktoren dazu beitragen, dass die psychische und physische Gesundheit erhalten werden kann. Für mich ist das schon eine enge Korrelation der beiden Konzepte. Jetzt hast du so ein wirklich, also es hat mich gewundert, dass es dazu noch kein eigenes Buch so in dieser Art gab. Jetzt hast du ein Buch zum Thema Priming geschrieben. Und da habe ich mich sofort gefragt, wie bist du darauf gekommen? Weil Priming, also ich habe das irgendwann vor 15 Jahren mal bei Gunter Schmidt gehört, dann die Forschung da auch von Ellen Länger und diese ganzen Dinge mir angeschaut und dachte, so ist es ja spannend, Bahnung. Dann kamen so die ganzen hypnosystemischen und auch Trance-Themen. Und dann hörte ich so Vera Birkenbiel, die von Erlebnissnetzwerken sprach. Wie kommt man darauf, zu diesem wichtigen, aber völlig ja zum Teil übersehenden Thema ein Buch zu schreiben? Also das kommt aus einem ganz anderen Kontext. Ich unterrichte ja seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Karl-Franzens-Universität und ich unterrichte am Psychologischen Institut. Zwar schwer bei Arbeits- und Organisationspsychologie, aber ich unterrichte Psychologen. Und Psychologen haben den Fokus auf das Denken, Handeln und Fühlen des Menschen. Und mir war als Systemikerin, die ich auch bin, wichtig, dass ich meinen Studierenden vermittel, dass das Denken, Handeln und Fühlen eines Menschen nur im jeweiligen Kontext verstehbar ist. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Thema, das lustig, aufregend, nah an der Psychologie ist, das das verdeutlicht. Und dann ist man sehr schnell beim Thema Priming. Meine Studenten sind irgendwas zwischen 22 und 25 Jahre. Und wenn man in die Priming-Forschung schaut, dann merkt man, es gibt nirgends so kreative Settings, nirgends so lustige Settings auch und nirgends sozusagen so überraschende Settings und zumal wenig beachtet in vielen Bereichen. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, dieses Thema Priming in meine Vorlesungen zu integrieren, um sozusagen indirekt zu verdeutlichen, wenn du den Mensch siehst, dann musst du seinen Kontext sehen, um ihn oder sie angemessen zu verstehen. Ja, und Priming jetzt so in meiner Übersetzung so das Thema Bahnung. Ja. Im Sinne von, auf was für einen Boden fällt auch sozusagen die Saat, also welcher Boden ist da bereitet. Gab es irgendwie so einen initialen Impuls, wo du sagst, und jetzt schreibe ich ein Buch drüber? Gibt es so diesen kleinen oder großen Heureka-Moment, wo du sagst, ey, das muss jetzt ein Buch werden? Naja, das ist ja sozusagen nicht mein erstes Buch, es ist ja eines von vielen. Und wenn du mein Büro gesehen hättest, hättest du gewusst, dass ich schreiben muss. Ich war einfach einbetoniert mit Studien, ja, Meta-Hoch-Studien. Und es war klar, irgendwann werde ich was damit machen. Das war mir nur schlichtweg nicht möglich. Und dann kam Corona und auf einmal war ein großes Zeitfenster. Ein riesiges Zeitfenster, ein unerwartetes Zeitfenster. Und als ich mich etwas akklimatisiert hatte, also es hat so eine Woche gedauert, wo ich sozusagen auch mit der Situation umgehen musste, nach einer Woche habe ich angefangen, habe ich entschieden, ich schreibe ein Buch. Ich bin sowieso umgeben von Studien und man kann ja Studien kennen, aber wenn man ein Buch schreibt, dann muss man sich natürlich eine ganz andere Weise lesen. Man muss sehr, gerade beim Thema Priming, man muss sehr genau sein. Und das braucht einfach Zeit. Also ich habe für dieses Buch 3000 Studien gelesen und ungefähr 15 Prozent aller Studien einbezogen, weil sie mir als relevant für das Thema Beratung, Proaching, Training und Mediation erschienen sind. Und wenn du jetzt das Thema Priming erklären solltest in einfachen Sätzen, also vor allem die sozusagen jetzt das Intro fürs Buch, wie würdest du Priming beschreiben? Also was ist Priming? Mal so einfach gefragt. Also für mich ist Priming die Tatsache, dass wir durch unterschwellige und überschwellige Reize, ich muss nur unterschwellig und überschwellig erklären, mehrheitlich wird kommuniziert, dass unter 30 Millisekunden, wenn wir an den Reiz ausgesetzt werden, dass wir ihn nicht wahrnehmen, aber kognitiv wahrnehmen und über 30 Millisekunden, dass wir ihn sehen. Also wir sehen ein Bild. Wenn auch uns nicht bewusst ist, in der Regel, was es bei uns im Denken, Handeln und Fühlen bewirkt, sehen wir es doch. Und Priming ist für mich, dass die Reize unserer Umgebung, die Art und Weise, wie wir auf Sprache reagieren, aber auch innere Gedanken dazu führt, dass nachfolgende Denken, Handeln und Fühlen wahrscheinlicher wird. Wir können ein kleines Beispiel machen. Angenommen, ich sage jetzt Tisch, was würdest du als nächstes sagen? Stuhl. Stuhl. Also du hast jetzt nicht Swimmingpool gesagt, du hast auch nicht Ungarn gesagt, du hast auch nicht Hammer gesagt, du hast Stuhl gesagt. Also unser Gehirn sozusagen agiert in Netzwerken. Und wenn wir einen Reiz benennen, dann ist es einfach wahrscheinlicher, dass nachfolgende Reize in derselben Kategorie genannt werden. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass spezifisches Denken, Halten und Fühlen aufträgt. Und wenn wir jetzt mal an das Thema Ressourcenstärkung, Ressourcen so als eine Grundlage der Resilienz, im Sinne von, wenn ich guten Zugriff auf meine Ressourcen habe, beziehungsweise meine Ressourcen wieder reaktivieren kann, wie kann mir da Priming helfen? Also es gibt wirklich unglaublich viele Untersuchungen, gerade zu diesem Punkt. Ich sage jetzt mal drei Beispiele, dass man sich das konkret vorstellen kann. Angenommen, du arbeitest an einem Projekt oder an irgendetwas anderen, wo du sagst, ich würde gerne meine Kreativität steigern. Dann könntest du zum Beispiel dich umgeben mit kreativen Artefakten. Das wird die Wahrscheinlichkeit heben, dass du kreativer in deinem Tun wirst. Ich beziehe jetzt da eine Studie ein. Die Studie, und es gibt da ziemlich viele Studien, mal so folgendermaßen, man hatte zwei Gruppen und die haben jeweils zu zwei verschiedenen Themen gebrainstormt. Und einmal haben sie in einem klassischen Seminarraum gebrainstormt. Also wie wir das alle kennen, weiße, schwarze Stühle oder graue, weiße, schwarze, graue Tische, weiße Wand, Flipchart. Und dann, bei dem zweiten Brainstorming, haben die Autoren der Studie diesem Setting kreative Objekte hinzugefügt. Also genau genommen waren Bilder, Kunstobjekte, eine Geige war dabei, ein Flugobjekt. Also alles, was in der jeweiligen Kultur mit Kreativität assoziiert ist. Und dann hat man geschaut, was gab es für einen Unterschied, wenn die Gruppe im neutralen Priming, wie man das nennt, war und wenn die Gruppe sozusagen an dem Ort war, wo Primes, also kreative Primes waren. Und ich zitiere jetzt einmal wörtlich, der Unterschied war signifikant. Das heißt, jeweils, wenn sie im kreativen Priming waren, hatten die viel mehr Ideen. Die Ideen waren origineller, die Ideen waren einzigartiger und sie waren umsetzbarer. Das heißt, du könntest ganz konkret dich umgeben mit kreativen Objekten und damit sozusagen deine eigene Kreativität stärken. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, du hättest gerade die Situation, dass du über eine Alltagssituation nachdenkst und etwas, irgendein Problem lösen wollen würdest. Dann würde ich dir sofort empfehlen, dass du dieses Thema bei einem Spaziergang in der Natur reflektierst. Die Natur ist ein grandioser Prime. Und das war zum Beispiel eine Untersuchung, da haben sie Gruppen jeweils über ein Alltagsproblem reflektieren lassen, ihr einmal in einer urbanen Umgebung und einmal in der Natur. Und es hat sich gezeigt, dass jene, die in der Natur reflektiert haben, besser über ihre Probleme reflektieren konnten. Sie waren im Übrigen auch positiver eingestimmt, waren fokussierter und haben so leichter Lösungen für ihre Probleme finden können. Ich meine, man muss wirklich sagen, dass Natur ein grandioser Prime ist. Also, und die Natur und die Primende Wirkung von Natur ist unglaublich gut beforscht. Also, nehmen wir ein zweites Beispiel. Es gibt sehr viele Untersuchungen, wo man in Warteräumen die Primende Wirkung von Natur versucht hat herauszufinden. Also einmal den Warteraum entweder mit Bildern von Pflanzen oder mit Pflanzen selbst bestückt hat. Das macht nur einen marginalen Unterschied. Oder eben nicht. Und das hat sich gezeigt, dass die Leute ruhiger waren. Sie waren weniger aggressiv. Sie waren kooperativer. Also, Natur ist ein wunderbarer Prime, um uns auch selbst zu primen. Ich habe ja von der Corona-Zeit gesprochen. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Kunden und Kundinnen empfohlen habe, sich Blumen zu kaufen. Und ich das auch selbst mit noch größerer Freude tue, seitdem ich weiß, welche Primende Wirkung Blumen haben. Das ist gut beforscht. Blumen produzieren, dass wir uns physisch entspannen und dass es psychisch eine Stimmungsaufhellung gibt. Also, da gibt es viele Studien und wenn du zum Beispiel mit einem schwierigen Thema gerade beschäftigt sein würdest, würde ich sagen, mach einen Spaziergang in der Natur und denk dort über das Thema nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da neue Ideen kreieren kannst, ist sehr hoch. Nehmen wir ein drittes Beispiel. Nehmen wir an, du hättest ein schwieriges Gespräch oder ein herausforderndes Gespräch oder eine Bewerbungssituation, egal was. Und nehmen wir an, du würdest dich gern durch eine Selbstpriming-Technik stärken wollen. Da gehen wir jetzt auf ein kinästhetisches Priming. Aus meiner Sicht sind es fern die zu den stärksten Primes. und den effektivsten Primes. Und kommen wir zu einer Studie, die sehr interessant war. Da haben die Autoren wieder zwei Gruppen gemacht. Zur allgemeinen Information, Priming-Studien werden eigentlich immer gleich gemacht. Es gibt immer zwei oder mehr Gruppen. Es gibt immer zumindest eine Gruppe, die dem Prime ausgesetzt ist und eine andere Gruppe, die dieselben Bedingungen hat und dem Prime nicht ausgesetzt ist. Es gibt immer eine Cover-Story und dann wird die Untersuchung durchgeführt und nach der Untersuchung wird geschaut, ob die, die dem Prime ausgesetzt waren, eine Ahnung hatten. Die werden dann nicht in die Berechnungen einbezogen und dann werden die Berechnungen gemacht. Und hier war das Untersuchungssetting folgendermaßen. Man hat also Menschen gesagt, sie werden sich für ihren Traumjob bewerben. Die, die sich dann beurteilt haben, haben natürlich nicht gewusst, wer welche Aufgabe hatte und wer in welchem Prime ausgeführt hat. Das ist wichtig, das nennt sie in der Psychologie Double-Bild-Studien. Da kann man über die Historie, der Priming-Untersuchung vielleicht noch reden, falls interessant ist. Und dann gab es eine Gruppe, denen hat man High-Power-Posen, High-Power-Posen gegeben und hat gesagt, während du dich vorbereitest, nimm bitte eine oder zwei dieser High-Power-Posen ein. Und der anderen Gruppe hat man Low-Power-Posen gegeben. Und auch die sollten für ein paar Minuten diese Low-Power-Posen, sie hatten zwei bekommen, einnehmen. Und dann haben sich die beiden Gruppen vorgestellt, wie gesagt, die Bewerter und Bewerterinnen waren erfahrene Bewerter und Bewerterinnen, wussten natürlich nichts über die Untersuchung. Und dann hat man geschaut, macht das einen Unterschied? Schon Kurt Chipsky hat gesagt, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und da kann ich sozusagen, jetzt tatsächlich zitieren, jene, die in den High-Power-Posen waren, waren leistungsfähiger, sie fühlten sich selbstbewusster, sie wurden als fesselnder und enthusiastischer wahrgenommen und sie wurden signifikant häufiger gewählt, dass sie den Job bekommen. Das ist sozusagen die Studie. Jetzt gibt es sozusagen eine Methode, die in der Beratung, aus meiner Sicht wahrscheinlich eine der effizientesten Beratungsinterventionen ist, wenn es darum geht, dass man in einer Situation ist, dass man vermeintlich glaubt, keine Handlungsfähigkeit zu haben und die Handlungsfähigkeit erhöhen will. Und das rekurriert eins zu eins auch diese Studie, nämlich die Problemlösungskulptur. Manchmal heißt es ein Problemlösungs-Tai-Chi, eine von guter Schmidts wichtigsten Interventionen. Und die funktioniert folgendermaßen, ich schaue mal, ob ich das für dich aufmachen kann, weil dann kann man tatsächlich, wenn du möchtest, das auch zeigen. Ich gebe mal da eine Freigabe und zeige das Bild. Hier haben wir sozusagen High-Power-Posen und das sind Low-Power-Posen. Und jetzt gibt es eben diese Methode der Problemlösungskulptur. Nehmen wir an, jemand sagt, ich habe da ein Gespräch mit meinem Chef und ich fühle mich einfach nicht gut, ich fühle mich damit gewachsen, ich will da eine Stärkung, dann wäre die erste Pose eine Low-Power-Pose. Man würde sagen, nehmen Sie doch mal an, Sie sind Künstler, Künstlerin und Werkzeug zugleich, nehmen Sie eine Position ein, sozusagen Worst Case. Und dann würde man Submodalitäten abfragen. Ja, was denken Sie in dieser Situation? Was sehen Sie? Was sehen Sie nicht? Wer ist da noch zugegend? Wie alt sind Sie? Das ist oft sehr interessant. Subjektives Alter. Menschen sind in der Low-Power-Pose meist sehr jung und es wird sofort psychologisch klar, dass Sie die Situation schwer bewältigen, weil wenn ich zwölf bin, subjektiv habe ich eine andere Situation, als wenn ich mein richtiges Alter habe. Also man schaut in den Submodalitäten, wie diese Low-Power-Pose ausformuliert ist und dann geht man an einen neuen Platz und sagt, und angenommen, Sie könnten bestmöglich mit der Situation umgehen, bestmöglich und Sie würden wieder Künstlerin und Material zur selben Zeit sein. Wie würde diese Skulptur ausschauen? Das ist die High-Power-Pose. Und dann fragt man wieder Submodalitäten. Was sehen Sie, was sehen Sie nicht? Meist größerer Blick. Wo steht ihr gegenüber jetzt? Meist distanzierter, meist nicht so konfrontativ und meist auf derselben Höhe. Meistens ist in der Low-Power-Pose sozusagen ein Unterschied, sozusagen, dass die Leute hinaufschauen. Subjektives Alter. Sie werden so alt, wie sie sind. Und dann hat man sozusagen die High- und Low-Power-Pose. Und jetzt kommt sozusagen in der beraterischen Variante der Übergang. Man geht wieder an eine neue Stelle und sagt, und jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie die Low-Power-Pose einnehmen und ganz langsam in die High-Power-Pose übergehen. Und während Sie das tun, achten Sie, welche idiomotorische Reaktion Sie am ehesten in die High-Power-Pose führt. Und man kann auch zuschauen, weil in der Regel sieht man das. Idiomotorik ist die Lehre der unbewussten Körperbewegungen. Das heißt, welche Körperbewegung bringt mich am schnellsten in die High-Power-Pose? Und das ist in der Regel Schulternhoch. Das ist in der Regel ein Atemzug. Und manchmal sind es unwillkürliche Körperbewegungen. Und wenn die Leute das genug oft üben, sagen wir mal zwei, dreimal die Woche, dann wird allein die idiomotorische Geste Schulternhoch. Allein diese Geste wird sie in die ganze Haltung dieser Lösungsskultur bringen, ohne, dass sie irgendwie darüber nachdenken müssen. Das wäre sozusagen eine Adaption dieser Untersuchung, die sehr bekannt ist, in das Beratungssetting. Also da drei Beispiele und man könnte sie unzählig fortführen. Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass es keinen richtigen Unterschied, also einen marginalen Unterschied, wie du gesagt hast, zwischen realen Pflanzen und Pflanzenbildern. Ja. Ich war skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war skeptisch, weil für mich als Wissenschaftlerin zählen eigentlich immer nur ein Überblick über Studien zu einem Thema. Weil es kann sein, dass eine Studie völlig sozusagen etwas berichtet, was nicht im Mainstream der Ergebnisse ist. Und da bin ich immer noch skeptisch, weil es gibt sozusagen viele Untersuchungen, die einen marginalen Unterschied sehen und manche eben nicht. Deswegen bin ich da noch zurückgehalten, die primal Wirkung der Natur selbst ist unmissverständlich. Klar. Und auch gut bewiesen. Wobei ich mir dann auch vorstelle, dass wenn ich zum Beispiel jetzt dann so die Straßenschluchten von New York oder Rennwägen oder was man auch manchmal so groß sieht, so Maschinenteile, also technisiert oder habe ich auch mal gesehen, so Kampfflugzeuge, die dann da so das hat aber ja auch bahnende Wirkung. Aber halt anders. Also Bilder sind wissenschaftlich nachgewiesen extrem effiziente Primes. Ich kann dir, wenn du willst, ein Bild einer Untersuchung zeigen, wo es darum geht und ging Empathie und Kooperation zu primen. Es ist das Bild, das ich auf allen Mediationsvereinbarungen habe, nicht mehr bemerkt. Das ist eine Untersuchung. Siehst du es? Nein, noch nicht. Ich habe es nicht geteilt. Das ist David. Gib mir eine Sekunde. Das ist zum Beispiel ich teile noch mal. das ist zum Beispiel eine Untersuchung eben, wo man die Wirkung von Bildern untersucht hat. Und die Versuchsteilnehmer haben irgendwelche Unterlagen vor Tests ausgefüllt und haben entweder dies auf einer Unterlage gemacht, die dies, das linke oder das rechte Bild gezeigt hat. Und dann wurde ein Therapiegespräch durchgeführt. Und das Therapiegespräch war geskriptet. Es war immer dasselbe Therapiegespräch, immer dieselben Fragen. Und danach hat man sozusagen geschaut, wie sympathisch fanden die Versuchspersonen den Therapeuten, würden sie länger mit ihm verbringen wollen? Also alle möglichen Aspekte. Und es war ganz klar, dass jene, die sozusagen das Bild sahen, wo zwei Menschen in dieselbe Richtung schauten, in der auch ein Fernrohr war, dass die die Beziehung als effektiver, wertschätzender und auch unterstützender erlebt haben. Also Bilder sind ganz, ganz effektive Primes und sind gut beforscht, extrem gut beforscht. Ja, also immer die Frage, guck, was du dir aufhängst und am besten auch, wie du deinen Raum beduftest. Ja, genau. Ich kann ja schauen, ich habe hier ein Bild meines Lieblingsmalers, das ist eineinhalb Meter mal eineinhalb Meter groß und das ist die Abstraktion einer Malve, einer Blume. Ja, habe ich schon, ich habe mir so was gedacht, es hat was ganz Warmes, Weiches für mich und trotzdem so ein Spritzer, Kreativität und Weichheit, also ja, ich habe das gleich schon gesehen, dachte, damit primet sie garantiert auch. Ich mache das manchmal mit meinen Studierenden, also in der Zeit, in der Corona-Zeit habe ich eine Online-Vorlesung gehalten und ich halte immer noch teilweise einen gewissen Anteil online und dann gehe ich hier durchs Büro und wenn es um Primer geht und expliziere, was alles Primer-Faktoren sind. Wenn ich nur aus dem Fenster schaue, ich blicke über Wien, wenn bei mir jemand kommt, der sehr assoziiert ist, dann gehe ich hinaus und sage, lassen Sie uns ein bisschen über Wien schauen, schauen wir den Stephansdom an, die kriegen automatisch sozusagen eine gewisse Metaperspektive. Oder drüben gibt es einen Konferenzraum und der ist bestückt, aber dezent bestückt mit kreativen Objekten. Oder überall hier stehen zum Beispiel Blumen. Also es ist natürlich sozusagen hilfreich, dass man den eigenen Ort gemäß des Ziels des Sujets das man sozusagen anstrebt oder das man ausübt, gestaltet. Ja, definitiv. Ich bahne mich, das kann ich dir auch mal zeigen, ich bahne mich mit einer sehr wichtigen und auch mit Sinn korrelierenden Emotion, nämlich der Mischemotion Rührung. Und Rührung ist so dieses, so hilft mir bei der Suche nach Sinn und Rührung steht hier neben mir, weil ich gerne, also das ist momentan so das, womit ich, wonach ich viel gucke, so diese Momente der Rührung. Auch wenn man auf YouTube, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwelche so Shows sind, wo sich Menschen, wo Menschen was Besonderes präsentieren oder gerade dieses Singen, so bestimmte Stücke, wo ich immer dann merke, merke ich Gänsehaut, dann merke ich Rührung, merke ich so dieses und das ist das, womit ich mich momentan bahne und ich mache das immer emotionsbasiert mit den Emotionsaufstellern, die wir entwickelt haben und das ist sehr interessant, also es verändert deutlich so für mich entsprechend. Aber wie ist, wenn du dich mit Rührung bahnst, was macht das für dich für einen Unterschied? Also Rührung als Hinweis für das Thema Sinn hilft mir bei so einer ganz feinen Ausrichtung, weil ich für mich in den letzten Jahren schon mich klar sozusagen meine grobe Richtung habe ich und jetzt schaue ich nochmal auf die Feinjustierung und da muss ich sagen, das ist ja auch eine selbsttranszendente Emotion und das hilft mir entsprechend da hinzukommen. Ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht noch ein paar Wochen oder so und dann ist wieder eine andere Emotion dran, das gucke ich dann, manchmal wechsle ich auch mal für so einen Tag anders, kommt immer ein bisschen drauf an, in meinem anderen Arbeitszimmer steht Interesse und Ehrfurcht oder Staunen, das sind ja so zwei Wissenschaftsemotionen, also so Interesse, wo ich dann meine neuen Sachen erarbeite und das Staunen, wo ich mal denke, toll, was ich alles noch nicht weiß und auch toll, was es an Studien gibt, an neuen Erkenntnissen und das habe ich eher da und hier habe ich eher so dieses so gucken, wo im Alltag begegnen mir die Momente der Rüden. Das ist so, wenn man dann die Emotion kennt und weiß, was dahinter steckt für ein Bedürfnis, hilft mir das so ganz gut. Wissen, was dir wichtig ist. Genau, das ist so das Ziel davon. Wenn das alles so wichtig ist und so gut ist, dann frage ich mich, warum glaubst du, Priming da momentan noch relativ wenig beachtet wird, gerade so im Bereich Gesundheit, Gesundheitsförderung, Ressourcenstärkung, warum in, weiß ich nicht, Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Kontexten, wo Menschen das eigentlich gut brauchen könnten, das immer noch nicht angekommen ist, weil Kosten tun diese Dinge im Zweifel wenig bis gar nichts extra. Warum glaubst du, ist das so? Also ich persönlich finde ich das auch erstaunlich, um offen zu sein, weil es wirklich Tausende von Studien gibt und weil es auch sozusagen sehr klare Tendenzen in Bezug auf spezifische Reize gibt. Also man kann generalisieren sagen, dass Bilder primen, man kann generalisieren sagen, dass die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, Prime, man kann die Naturelemente generalisieren sagen, es gibt einen Prime, der, glaube ich, beziehungsweise wissenschaftlich gesehen, nicht so leicht generalisierbar ist, ist der Geruch, weil in unterschiedlichen Kulturen Gerüche unterschiedlich wahrgenommen werden, weil auch man individuelle Gerüche unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, ob man im Stress ist oder nicht, weil Geschlechter Gerüche unterschiedlich wahrnehmen oder und dementsprechend ist bei Geruch eher die Empfehlung, es individuell, Gerüche individuell zu nutzen oder nach einer individuellen Exploration. Ich finde es selbst sehr erstaunlich, ich nehme wahr, dass es manche Bereiche gibt, die sehr gut differenziert sind, also in unserer Zunft ist Sprache und die primende Wirkung der Sprache durchaus eine relevante Größe, aber andere Faktoren sind fast wie ein blinder Fleck und es mag damit zu tun haben, dass es zwar unglaublich viele Studien gibt, es gibt unglaublich viele Studienergebnisse und ich schreibe gerade an einem neuen Buch zum Thema Priming, aber dass dieser Transfer von der Wissenschaft in den Alltag schwierig gelingt. Das mag etwas damit zu tun haben, wie Wissenschaft aufbereitet wird, wie Wissenschaft zugänglich ist und das heißt, dass es einfach mehr populärwissenschaftliche Bücher braucht, die quasi so diese Brücke in den Alltag hineinbringen. Aber es ist erstaunlich, es ist auch erstaunlich, wenn ich sozusagen über meine eigenen Ausbildungen resoniere, war das Thema Priming in keiner Ausbildung, sagen wir mal, zu einem geringen Ausmaß doch, aber in den Mehrheiten ist es nicht einmal benannt worden. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, weil das aus meiner Sicht eine ethische Verpflichtung ist. weil nur wenn ich ein Wissen um die Priming Faktoren habe, kann ich entscheiden, ob ich sozusagen hier eine Modifikation machen will oder nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das mich sehr aufgerüttelt hat. Wie gesagt, ich unterrichte so circa 23 Jahre an der Uni und habe eine Vorlesung, die ich auch selbst etabliert habe, Konfliktmanagement und Mediation. Und in den ersten Jahren habe ich einen sehr interessanten Film gezeigt über Mediation und die Mediationsphasen. Und dann war es aber so, dass ich angefangen habe, mich mit Priming zu beschäftigen. Und auf einmal habe ich den Film anders gesehen, denn die primende Wirkung der Farbe Rot, Blutrot, nur zur Sicherheit, das da ist Rosa, die primende Wirkung der Farbe Rot ist wahnsinnig gut beforscht, wirklich gut beforscht. Es ist also so, dass Rot Kontext bezogen unterschiedlich primed. Im Kontext Arbeitsplatz primed sie Konkurrenz, im Kontext Privatleben primed sie Sexualität, Liebe, Zuneigung. Es primed also Kontext. Und jetzt saß ich da vor dem Video und habe gedacht, das gibt es nicht. Die sitzen da rund um einen großen roten Teppich. Und was heißt das? Auf einer intellektuellen mediativen Ebene schaue ich, dass die Parteien so gut wie möglich eine für sie stimmige Lösung finden. Auf einer bewussten Ebene. Aber auf einer unbewussten Ebene produziere ich ganz genau das Gegenteil. Ich triggere Aggression. Und wenn ich um diese Forschungsergebnisse nicht weiß, dann kann ich es auch nicht verändern. Ja. Und das ist gerade total bemerkenswert, weil natürlich zum Teil auch gar nicht, also zum Teil ist das Wissen nicht da, dann werden aber Entscheidungen ja nicht also aus Priming-Sicht funktional getroffen, sondern dann sagt man sich so was wie, okay, das passt halt gut, ist vielleicht Logo-Farbe oder ist im Raumkonzept, wir gestalten unsere Räume halt mit roten Teppichen, sodass auch eine ganze, ich nenne es mal die ganze Zunft der ArchitektInnen beziehungsweise der Menschen, die mit sowas zu tun haben, hast ja auch dieses Thema Räume schaffen, Räume erschaffen und stärkende Räume am besten ist daher relevant. Was kann man, also mal vielleicht das Beispiel Krankenhaus oder auch weiß ich nicht, überall wo Menschen sind, die Not leiden und damit meine ich nicht nur das Pflegepersonal und die Ärzte und wie auch immer, sondern auch die PatientInnen, was kann man da als einfache Interventionen tun, wie kann man das dann nutzen? Ich würde an der Stelle tatsächlich das Ergebnis einer Studie, die Zusammenfassung einer Studie, die in Bezug Krankenhaus durchgeführt wurde, einfach den letzten Satz zitieren. Die Haupterkenntnisse der Studien waren, dass die ästhetische Dimension eine Quelle für Gesundheit und Wohlbefinden und dass es eine ästhetische Verpflichtung in der Pflege und in der Pflegewissenschaft gibt, diesen Bereich einzubeziehen. Also es gibt wirklich, wirklich viele, viele Untersuchungen über die Innenraumgestaltung in Krankenhäusern. Die Ergebnisse sind relativ einfach und eindeutig, was die Farbgestaltung, was die Raumgestaltung, was die Gestaltung mit anderen Utensilien betrifft. Es wird halt wenig einbezogen. Aber ehrlich gesagt finde ich dann auch einen anderen Aspekt wirklich entscheidend. Wir alle sind ja auch Patienten und Patientinnen gewesen. Mit uns allen haben Ärzte geredet. Die Art und Weise, wie Sprache gebraucht wird, ist elementar. Ist elementar. Im Krankenhaus, in der Beratung und im alltäglichen Leben. Priming produziert, dass wir sensibler werden, wie wir sozusagen auch Sprache benutzen. Und da ist ein wichtiges Feld auch im Krankenhaus, wie Ärzte und Ärztinnen mit Patienten und Patientinnen reden. Denn die Wirkung der Sprache ist wahnsinnig gut beforscht. Also vielleicht eine Untersuchung, die sehr berühmt ist. Man hat zwei Gruppen einen Text vorgelegt von einer fiktiven Stadt, die Addison geheißen hat. Und es gab und wo die Kriminalität gestiegen ist. Und es gab in Wirklichkeit nur zwei Unterschiede. An zwei Stellen und zwar in einer Beschreibung wurde die Kriminalität als Virus bezeichnet, die die Stadt infiziert und in der anderen Gruppe als Bestie, die Stadt heimsucht. Und die Auswirkungen von zwei Wörtern in einem ganzen Text waren extrem gravierend, denn die, denen die Metapher des Virus angeboten waren, waren für Rehabilitationsmaßnahmen signifikant häufiger und die, denen die Metapher der Bestie angeboten wurde, waren signifikant häufiger für Gefängnis Aufenthalte. Und das zeigt uns, wie wenig Sprach Elemente welche große Auswirkungen haben. Und diese Studie ist ja, da gab es mehrere Studien, was sich auch gezeigt hat und was ich sehr interessant fand, dass wann man eine Metapher einbringt, entscheidend ist, wie die nachfolgenden Informationen gewertet werden. Je früher die Metapher eingebracht wird, desto selektiver werden alle anderen Informationen wahrgenommen. Man hat diese Gruppen dann realistisch Zahlen, Daten und Fakten vorgelegt. Sie wurden nur nicht mehr realistisch eingeschätzt, sondern sie wurden der Metapher, die denen angeboten wurde, untergeordnet. Und das ist im alltäglichen Sprachgebrauch, im Gesprachgebrauch mit Kunden und Kundinnen, Patienten und Patientinnen, im Gesprachgebrauch mit uns selber in die Beratung hoch effizient. Ich würde niemals zu einem Kunden sagen, sie haben einen Konflikt. Bis jetzt haben sie einen Konflikt. Noch haben sie den Konflikt. Oder ich würde niemals sagen, ich darf sie herzlich willkommen heißen zu dieser Mediation. Mediation ist ein Streitschlichtungsverfahren mit dem Ziel, eine konsensuale Lösung zu erzielen. Niemals. Ich würde sagen, ich darf sie herzlich begrüßen. begrüßen. Die Tatsache, dass sie hier sind, ist im Grunde schon die halbe Mitte. Es ist schon der halbe Weg zur Lösung, weil sie entschieden haben, gemeinsam, hier am runden Tisch, miteinander eine gute Lösung zu finden. Eine Lösung, die für sie beide stimmig sein wird und wo sie beide gut miteinander kooperieren können oder mit ihrem Kind umgehen können. Die Art, wie wir Sprache verwenden, ist so entscheidend und ist sozusagen, wenn wir uns dessen bewusst sind, jetzt ohne großen Aufwand überall umzusetzen und umsetzbar. Das scheint mir neben den Raumfaktoren, die gut nachgewiesen sind, ein zentrales Element auch im Umgang mit Patienten und Patientinnen zu sein. Ja, also finde ich sehr spannend, da fallen mir zwei Beispiele ein. Einmal die Dame, die seit Jahren, ich muss schon fast Jahrzehnten sagen, meine Zahnpflege macht, also sagen Zahnreinigung und die hat irgendwann mal gesagt, Achtung, jetzt schmeckt es ein bisschen eklig. Stopp, sag mal bitte, also sie hatte vorher immer nichts gesagt, hat dieses was danach diese Lösung reingemacht, dieser Stopp, sag bitte nochmal, jetzt merkst du gleich, so schmeckt Gesundheit. Sieh mich so an, hat kurz überlegt, hat gesagt, Kunde ist König, dachte, oh, jetzt kannst du gleich Gesundheit schmecken. Reingemacht, für mich völlig anders und er auch bekannter von mir sozusagen entsprechend eine Infusion gelegt, so jetzt stärkend im Herbst mache ich das meistens oder ab und zu mal so Vitamin C, also einfach Immunsystem stärkend und dann sagt er, Achtung, jetzt piekst es gleich, oder jetzt tut es gleich ein bisschen weh, habe ich gesagt, stopp, sag bitte, jetzt merkst du gleich, dass die Verbindung zwischen der Gesundheit und deinem Körper hergestellt wird, guckt er mich so an, sagt sie, was ist das, habe ich gesagt, das, mein Lieber, ist die Nichtaktivierung meiner Schmerznetzwerke, also tu das bitte, sagt er, ja, ich verbinde jetzt Gesundheit mit deinem Körper, klack, rein, auch wieder völlig anders und da dachte ich so, also eigentlich wie einfach es ist, mit Sprache sozusagen etwas zu verstärken oder ein anderes Netzwerk zu aktivieren. Diese Schmerzforschungsaspekte finde ich ja auch mega spannend. Und es gibt unglaublich viele Untersuchungen zur primenden Wirkung von schmerzassoziierten Wörtern und es ist wissenschaftlich gut nachgewiesen, dass sie produzieren, dass Menschen den Schmerz, wenn sie den einander erleben, stärker erleben. Ja, das ist gut nachgewiesen und die Auseinandersetzung mit Priming produziert letztendlich eine Bewusstwerdung, eine Sensibilisierung, wie wir selbst mit uns reden und wie andere reden und das ist wahrscheinlich die einfachste Form zu primen, die kostengünstigste und die, die gerade im medizinischen Bereich einfach hocheffizient ist. Ja, wenn man jetzt, also wir haben ja jetzt viel über Priming allgemein gesprochen, du bist ja jetzt keine Priming-Forscherin, also vielleicht auch Priming-Forscherin, aber sag ich mal, kennengelernt habe ich dich aus dem Bereich Mediation und Konfliktmanagement, da hast du ja auch viel zu geschrieben und das meiste habe ich über den Bereich geschrieben, war das ja so lustig, weil dieses Buch ist ja zum besten Buch des Jahres gewählt worden und es hat einfach einen unglaublichen Zuspruch, aber ich komme ja eigentlich von Wahn, dass ich komme daher, dass ich mein ganzes Leben eigentlich Minderheiten gewidmet habe, ich schreibe für Minderheiten, ich schreibe für Mobilbetroffene und da rechnet meine Regel jetzt nicht so, dass der Zuspruch so übermäßig ist, deswegen war das tatsächlich bis heute, ist, das hat dieses Buch einen unglaublichen Zuspruch in unterschiedlichen Ländern und auch das macht Auswirkungen in Bezug auf Einladungen, ich komme denen eigentlich gar nicht mehr hinterher und das ist irgendwie auch lustig für mich da. Bauen wir mal die Brücke zu, weil wir haben alle glaube ich mehr oder weniger immer mal Konflikte, wir brauchen alle irgendwie eine Form von zumindest Konfliktbereinigung oder Konfliktlösung, ob das jetzt mit einem externen Mediator oder einer externen Mediatorin ist, sei mal dahingestellt, was spielt da, vielleicht um auch so das Ganze rund zu machen, was spielt da für eine Rolle, also Priming für eine Rolle davon ab, dass man das nicht auf dem roten Teppich machen sollte? Ja, das ist aber allerdings wirklich ein guter Hinweis für Mediatoren und Mediatorinnen, denn allein das Verwenden eines roten Stiftes primt, ja das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, ja also sozusagen minimale rote Farbe Primtion, also die Farbe Rot bewusst einzusetzen, ist nochmal was anderes, aber generalisierend ist sie nicht so glücklich in der Mediation. Lass mich ein Beispiel nennen, das sehr interessant ist und das für andere Bereiche auch relevant ist, nehmen wir das Beispiel Setting, ja wir beschäftigen uns in der Mediation oder in der Beratung sehr stark mit Setting, wir haben in der Mediation einige tolle Setting-Techniken, die die Kommunikation so steuern, dass Eskalation gar nicht möglich ist, aber den wenigsten Menschen sind zum Beispiel die unbewussten Positionen der Macht bekannt, dass also Position, nehmen wir einen klassischen, ich mache ja mehrheitlich sozusagen im Business-Kontext oder ich arbeite mehrheitlich im Business-Kontext, nehmen wir den klassischen Konferenztisch, wenn ich mediere, dann habe ich oft mit sehr starken Machtungleichverhältnissen zu tun, es ist also hochrelevant, wo ich jemand hinsetze, um einen Machtausgleich zu tätigen und das kann ich mit den unbewussten Positionen der Macht tun, denn über Jahrtausende ist sozusagen, gibt es ein Priming, wo Macht ist und und wer mächtiger ist, der sitzt an spezifischen Orten und wer weniger mächtiger ist, sitzt an anderen. Nehmen wir es die schmalen Seiten eines Konferenztisch, wenn die besetzt sind, ist es die mächtigste Position, solange sie sozusagen nicht mit einer Tür im Rücken ist, wenn die schmalen Seiten nicht besetzt sind, dann ist es die mittlere Position und je näher Menschen dieser Position sitzen, desto mächtiger werden sie unbewusst erlebt. Es ist also, diese Aspekte sind wahnsinnig wichtig, weil wir dann unbewusst auch einen Machtausgleich tätigen können über die Sitzpositionen oder es gibt sehr viele Priming-Studien zum Beispiel über runde und quadratische Formen, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Studien über Formen und es gibt zum Beispiel eine Studie, die versucht herauszufinden, was macht es für einen Unterschied, wenn Menschen in einer Kreisformation sitzen und wenn Menschen sozusagen in einer quadratischen Formation sitzen und da hat sich herausgestellt, wenn Menschen in einer Kreisformation sitzen, primt das Zugehörigkeit. Menschen wollen zugehörig sein, wenn sie in einer Kreisformation sitzen. Wenn Menschen in einer quadratischen Formation sitzen, primt das Individualität. Menschen wollen stärker ihre Individualität zeigen, wenn sie in quadratischen Formationen sitzen. Das wäre ja jetzt schon ein gutes Wissen, aber die Folgestudie hat etwas noch ganz anderes herausgebracht. Denn wenn Menschen in quadratischen Formationen sitzen, primt es nicht nur Individualität, sie haben auch die Tendenz oder können sich leichter auch Minderheitsmeinungen hören und anschließen. Wenn sie in Kreisformationen sitzen, primt das nicht nur den Wunsch nach Zugehörigkeit, sondern sie tendieren auch stärker die Mehrheitsmeinung zu vertreten. Und dieses Wissen ist schon Element da. Nehmen wir an, wenn man wie in einer Mobingssituation ein extremes Macht- und Gleichgewicht und man will die Parteien sozusagen ins Gespräch bringen, man will eine Position, die nicht gehört wird, sozusagen hörbar machen, dann ist es gut zu wissen, in welches Setting ich gehe, weil ich dann sozusagen ein Setting schaffe, wo das potenziell möglicher ist. Also diese Aspekte in der Differenzierung finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Also das ist so ein Thema, wo ich glaube, wir noch Stunden sprechen könnten mit tausend anderen Dingen, also Tage, Wochen. Ich habe zwei abschließende Fragen. Die erste Frage ist für mich immer so die wichtigste. Also mal angenommen, das Buch verlinken wir unten drunter. Du hast es dankenswerterweise zweimal auch gezeigt. Man findet das unter deinem Namen am besten im Buchhandel um die Ecke. Damit ist nicht die Amazon-App gemeint. Keine Meinung. Am besten im Verlag, in dem es produziert wurde, aber auch im Buchhandel um die Ecke ist es wunderbar, wenn wir diese wunderbaren Menschen, die uns Bücher näher bringen, unterstützen. Wenn Menschen dich im Seminar erleben wollten, weil du ja auch sozusagen Seminare gibst, was ist da ein guter Platz? Also ich assoziere jetzt mal schnell. Es wird ein sehr schönes Seminar geben, dieses Jahr mit Matthias Wager von Kibet und mir. Er wird die philosophischen Aspekte des Primings darstellen, nicht die psychologischen Aspekte. Es wird dieses Jahr ein Seminar bei Gunter Schmid geben, wo ich über zwei Tage ein Priming-Seminar halte und es wird in Aberno ein Seminar zum Thema Priming geben. Ich habe gerade ein Spiel entwickelt, weil mir das ja am Herzen liegt, dass es interaktiv ist und deswegen habe ich gerade ein Spiel zum Thema Priming entwickelt, wo die Leute sich das Thema selbst erobern können oder aneignen können, wo sie reflektieren über ihre eigenen Priming-Strategien, wo sie wissen, wo sie herausfordernde Situationen reflektieren und überlegen, welche Priming-Strategien helfen würden. Also ich werde natürlich in all diesen Seminaren natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse anbieten, aber alles wird auch experimentell ausprobiert und es wird Übungen geben, Spiele geben und auch interessante andere Erfahrungen, die eben mit Priming in Zusammenhang stehen. Super und wenn ich ein Priming so in den Alltag jetzt mitnehmen wollte, so ein bewusstes Priming, also wir primen uns ja ohnehin den ganzen Tag, was wäre so dein Vorschlag, außer kauf dir ein paar schöne Blumen oder stell dir eine grüne Pflanze hin oder so, was tatsächlich, also ich habe mir das gerade schon notiert, ich glaube jetzt so wo der Frühling kommt, mal wieder so ein Blumenstrauß, ja, was wäre noch so ein vielleicht so ein tägliches Priming für den Start in den Tag? Ich glaube, ich würde, also wenn ich mich nicht selbst beobachten würde und schauen würde, wie rede ich mit mir, dann würde ich vielleicht mir einen wohltuenden, positiv konnotierten Morgensatz überlegen, zum Beispiel, ja, weil uns nicht immer bewusst ist, in welcher Art und Weise wir miteinander reden und mit uns selbst reden und oft ist das negativ konnotiert und das hat natürlich auch eine primende Wirkung. Also, ich würde so eine kleine Selbstbeobachtungsübung machen oder entscheiden, dass ich mich mit einem Satz am Morgen begrüße, der mir Energie gibt und eine positive primende Wirkung. Super. Und abschließend, es gibt ja diesen großen Psychologen Kurt Lewin, der hat einen sehr berühmten Satz einmal gesagt, es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie. Manchmal wird der Satz auch Goethe zugeschrieben, aber er ist von Kurt Lewin. Man muss einfach über die Faktoren wissen und dann kann man entscheiden, wie man sie einsetzt und es geht darum, sozusagen für uns selbst und für ihre Kunden und Kundinnen ihre Ziele durch Priming-Faktoren zu unterstützen oder zumindest nicht sie durch die Priming-Faktoren schwerer zu machen, dass sie die Ziele erreichen. Und das ist auch eine ethische Verpflichtung und selbst und unseren Kundinnen gegenüber. Ja, bleibt mir nichts hinzuzufügen, liebe Christa, es war mir ein wirkliches Vergnügen und danke für dein breites Wissen, was du hier geteilt hast und ich freue mich auf den Sommer in Abano-Therme, wo wir uns spätestens dann sehen im Klostergang zwischen den Seminareinheiten. Herzlichen Dank an dich. Vielleicht einen schönen Abend miteinander verbringen. Sehr gerne. Also, alles Gute. Tschüss, alles Liebe. Danke für Danke.